Da ist ein Bohrer neu. Ja natürlich, voll gegen den Baum geworfen. Mit auch ne neue Maske. So, was sagst du Dennis? Bankraub? Ja, wir versuchen nochmal Bankraub. Bankraub? Ja, aber ist ein anderer. Ne, ist ein anderer. Der ist auch normal. Ja? Genau, das ist gut. Das macht ja nix. Versuchen wir's. Ausflussend sieht gut aus, Cruise Sit-Up. Hat sich eigentlich bewährt, oder? Ja. Auf geht's. Ja dann. Parkplatz, Thermobohrer. Ach ja. Achtet auf die Wachen und Kameras. Die schalten wir aus mit dem Schalldämpfer. Der hat gar kein Thema. Ja. Ja. Richtig. Das ist schon mal gut. Der Thermobohrer liegt also wieder hinten. So, da ist keine Kamera an der Tür, ne? Ne. Also, der Thermobohrer liegt wieder hinten auf der Karre. Hier hinten, die Tür ist natürlich wieder offen. Ist ja auch doof, dass man die Tür nicht zumachen kann. Oben mit Kamera gesichert. Das wäre natürlich noch Knorkel. Ja. Und auch richtig schön. Aber wir sollten die jetzt noch nicht gleich zerlegen. Erst mal ein bisschen gucken, dass wir hier vielleicht noch... Oben auf dem Dach. Umsehen können. Wow, wow, wow. Irgendjemand... Achtung. Gut. Da oben ist auch ne Kamera. Ja, schön und zum Tier gerichtet. Ja. Aber die hier oben kann man bestimmt leise ausknipsen. Kann man. Und dann von oben in die Tür rein. Achso, ich kann sie so nicht... Würst du mal Ehe oder sowas? Ne, das kann ich ja nicht machen im... Achso. Gott, wir hatten seine Maske schon auf. Ich hab die Kamera hier unten schon mal kaputt. Äh, Achtung, da ist wer. Wer ist er? Verrück dich auf der Straße. Ups. Ich war das nicht... Nichts. Passo. Wir versuchen es mal auf die leise, Freunde. So. Ich geh nach unten. Ich auch. Ich hab deinen Rücken. Scheiße, ich hab keinen Störsender. Jetzt könnten wir einen Störsender gebrauchen. Aufbauen hier unten weißt du... Ah. Ah. Egal. Ne. Tut mir leid. Das war meine Schuld. Tut mir leid. Holt jemand den Bohrer? Holt jemand den Bohrer? Ja. Ich bin schon dran. Aufbauen. Okay, great. Ich hab das safe zu der Faultdor. Pass es. So, wir stellen die Geisel vor die Fenster. Kriegt das was? Stell ich denn den auf jetzt? Wo? Äh, abwerfen. Mit G. Okay. In die Tone. Und jetzt aufbauen. Dennis, komm mal her hier. Komm mal rein hier. Wohin? Komm. In den Raum hier. Direkt hinter dir gerade. Hier. Na ja. Ja, ja, ja. Okay, die Bullen kommen. Danke. Haben wir jetzt die Geisel oder warum ist das eigentlich gut? Wir haben mehrere Geisel. Aber das interessiert die Bullen ja nicht. In dem Raum. In dem Raum sind auch noch zwei Leute. Die hab ich schon Schachmatz gelegt. Haben wir nicht irgendeinen, der diese scheiß Karte hat? Ich suche mal noch ne Schlüsselkarte. Aha. Bankautomat kann man auch knappen. Das ist ja gut. Herzlich. Hm. Ah, komm mal schön mit ihr geil sind. Antraben hier. Klappstuhl. Schlüsselkarte. Peter hat eine. Sehr schön. Dann rin den in den Überwachungsraum. Typ Mauer schalten. Ach, wo wollt der noch mal? Hier? Hier. Hier wo ich bin. Wo die Treppe ist. Direkt neben den Treppenhaus. Oh, wo die Treppe. Alter, die Bullen zählt irgendwie aus einem richtig schönen Fenster. Ich glaube meine Mova hat ein bisschen mehr Power. Ich hab jetzt erstmal eine anständige Visier auf jeden Fall. Damit macht das Ziel ein bisschen mehr Spaß. Über Kabelbinder. F gedrückt halten, wenn sie am Boden liegen. Haben wir denn hier nirgends Bretter oder sowas? Das wäre halt noch der Hammer, wenn wir... Können wir da irgendwas zerlegen, dass wir Bretter kriegen? Das ist irgendwie. Vor allem, weißt du, die Bankschalter hier haben nicht mal kugelsicheres Glas, Alter. Ich mein, hallo, ich steh hier mit Geiseln. Und die Polizei kann reinholzen. Total unrealistisch, das Spiel, Marc. Echt, Marc. Oh, fuck, 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 fuck. Stirb. Ach was, schon die Munition leer ist doch... Nee, Freunde. Soll ich hier liegen? Ja, liegt hier der Zwischenraum. Okay. Alter, wie hier gerade so eine Armada zu stürmen, ne? Achtung Swat vorm Fenster, Witt Schild? Ja, ich muss grad mal... Ja, ich muss grad mal... ...dachstebt dazu... Ja, ich muss grad mal... ...wabwabwab. Alter, ich hab da drei Schuss gebraucht, um die zwei Meter entfernte Kamera wegzunutzen. Ich sag euch, ich nehm die Schrotflitte. Ist geil. Kommt der Pisser da hinten rein, Alter, was ist los mit dem? Das Schrotflinde ist so geil. Ein Schuss. Wie sie's freut. Das Schrotflinde ist so geil. So. Okay, nehmt das nur weiter hier. Hier. Ja, wir müssen jetzt warten, dass der Thermobo-Rammer fertig ist. Ja, oder nochmal, äh, Karte oder so. Geht das? Sicherheitskarte? Ja, die Karte bringt beim Tresor nix. Beim Tresor gar nicht. Nee. Ach man, ich verrasch's immer wieder. Zivilist getötet, tut der lau. Achtung, da ist einer um die AG. Jetzt nicht mehr. Deswegen bin ich auch um die Ecke. Da ist noch zwei Minuten. Jetzt ist die scheiß Muni wieder, Alter. Ehh. So ein Schuss in die Klöten. So, ansonsten hier bei den Geiseln hab ich auch nochmal Munition hingelegt. Ich werd' beschossen, aber keine Ahnung. Ach, da. Ach, da. Ach, da. Ja. Ich werd' beschossen. Ich werd' beschossen. Ich werd' beschossen. Oh Gott, so viel Polizei. Warte. Jetzt nicht mehr. Danke. Uah, üble Sache. Oh Gott, was? Wo kommt ihr her? Was ist das? Was ist das? Vorstein, bin mir! Fortschill. Ich hab' den Arschloch, mein Freund. Kannst du, du altvoll flöten hier. Also ich werd' beschossen, aber ich seh' keinen, der es tut, ne? So geht's mir die ganze Zeit schon. Sagt mal, die Hammer braucht gerade echt ne Kanatenhand, wa? Hier, ich krieg' eine zurück. Oh shit. Ja, aber läuft doch. Hier hin? Ich hätt' den Bohrer, Mann. Boah, was machtet ihr hier, Jungs? So. Ah, genau, ja. Jetzt kommen sie vom Dach. Jetzt kommt der Schlüsselanhänger zum Aufsperren. Also wenn irgendwer einen Schlüsselanhänger findet, her damit. War eigentlich noch ein Bohrer? Äh, den Bohrer hat's immer automatisch dabei. Wieso? Wieso? Da ist noch ne Tür, die wir da aufmachen. Lass die zu, lass die zu. Erstens kannst du außen umgehen und zweitens können da keine Bullen reinkommen. Ja, ja. Ach so, die ist nach außen nennen, okay. Ja, ja. Also die ist noch innerhalb der Bank, aber auf der anderen Seite. Und so musst du immer nur eine Tür bewachen, weißt du. Ich dachte, das wär... Warum? Nein, nein, alles gut. Okay. Also Schlüsselanhänger holt's? Ja, wenn du irgendwer... Kannst ja mal gucken, ob irgendwer ein Schlüsselanhänger hier rumläuft, dann kriegen wir vielleicht den Tresor auch schneller auf. What? Kannst du die hier? Alter, die Genauigkeit dieser Waffe ist so phänomenal, Alter. Da kannst du auch nen Sack Reis in den Raum werfen. Start im Bohrer, Neurig. Ja, natürlich, voll gegen den Baum geworfen, ich hält. So, momentan haben wir's jetzt ziemlich im Griff, ne? Ja. Ich brauch mehr Genauigkeit für dieser Chef. Pumpe hier, ey. Kauf die Arcade, ist super. Ja, die hab ich auch. Ah, muss ich mal gucken, wie ich das nächste Runde mal mache. Hach, muss ich mich freuen, dass das einigermaßen funktioniert. Ah, vopvopvopv bağ. Ahkate. Scheiße. Warte, ich komme. Ich bin nicht so. Bittend im Projähr, und hier kommen gerade ganz viele Bullen. Dauert Moment. Warte, ich geb dir Deckung. Au, 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 ich werde von links beschossen, ich werde von links beschossen. Aber noch geht's. Wo ist er denn? Ja ja, haben wir schon. Alles gut. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass die uns die Geiseln sich auf einmal wegnehmen. Kann mir auch passieren, dass die die Geiseln befreien. Schilde. Also wenn die noch draußen sind, ist alles gut. Ne, die sind drin. Hier bei den Geiseln. Vorne im Raum sind Schild-Boys. Ich gehe an nichts. Mach schon einen Bohrer. Hast du. Abschild. Ich brauche Munition, Mann. Wo ist denn noch Munizier dahinten? Hier, hier, hier. Siehst du auch an den grünen Taschen. Ja, ich habe es gesehen. Die Silhouette siehst du durchleuchten. Schild weg. Boah, wo schießen die denn her, die Kasper? Ja, einer steht hier vorne, der ist in einem Foyer und kreuzelt den Keks. Gibt keinen Kaffee. Da rennt einer tatsächlich an mir vorbei. Scharfsschützen mittlerweile auf den Dächern. Oh, das stört nicht. Das Fußvolk ist schlimmer. Boah, wo kommst du denn her? Hier steckt keiner irgendwo mit im Raum, ne? Habt ihr Geld mit? Ne, das müssen wir gleich einsammeln. Das müssen wir jetzt auch in den Fasor holen. Ich hab was. Habs. Hier liegen noch jeweils zwei Packen. Jo. Wer hat da nicht? Ich hab eins. Hab ich schon, bin schon am Auto. Schild? Kann mal einer das Fortschild nicht wissen, um das abzuwenden? Zwei Fortschilder. Scheiße. Wo ist das Auto? Ja, wo ist das Auto? Gute Frage. Du rausgehst da, wo wir gestartet sind. Du seid ja auf der anderen Seite. Leute, ich brauch mal ein bisschen Unterstützung hier drinne. Ich hab ein Fortschild, was mir auf den Sack geht. Und das steht in der Tür. Wir müssen doch eh raus. Ja, ich komm nicht raus. Der steht in der Tür, ist am Schild. Achso. Das ist ja gerade mein Problem. Werther, bist du da? Ich bin aber Auto. Achso, okay. Ja, der ballert durch den Führer am Bildstein. Jetzt nicht mehr. Ja, genau, der Penner. Danke. Ihr übernehmt die Geiselnwacht, ja? Ich geh jetzt erstmal mein Geld abliefern. Ist es. Ja. Scheiß mal auf die Geiseln, Mann. So, Scharfschützer ausgeschaltet. Boah shit, ich krieg grad voll auf den Sack. Voll auf den Sack. Nicht nur du. Ich hab auch keine Medipacks mehr. Hat dir noch jemand Medipacks? Nee. Shit. Doch, hier. Eins hab ich noch. Hier. Oh. Alter. Was? Alter, was ist mit dir? So, ich hab die letzte Geldtasche. Guck dir den an. Hast du die letzte, oder was? Aua, was ist das denn? Haha. Das ist für ein Kasper. Schwer, schweres Geschütz? Absolut. Nochmal da unten. Echt? Boah. Ja, also Abfahrt. Weg damit, weg dafür. Oh, Alter. Dennis, die Zugang. Du. Oh, Alter. Sauber. Kein Geld ausgezahlt, du müsstest ja alles entkommen. Oh, Alter. Ich hab's schon wieder nicht reingeschafft. In die Kino. Jetzt muss es aber weitergehen, oder so was, ne? Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch mit der Karre fliehen, oder so'n Scheiß? Gibt's sowas? Keine Ahnung, du bist der Server. Du musst wissen, wie's weitergeht. Hier, erstmal nur Punkte und hast du nicht gesehen. Gott, was passiert jetzt?